jo meine leute es gibt neue tippspiele und das tippen wir jetzt gfl 2 saison 2022 die gfl startet wieder die german league football 2 let's go mit den predictions heute am ersten spieltag heute um 16 uhr hildersheim die vaders verliehen gegen rostock griffins 16 zu 24 dann kirchdorf wilkes gewinnen gegen engelstadt dackels mit 10 zu 7 dann um 17 uhr gießen golden dragons verliehen gegen bad homberg sentinel mit 22 zu 31 dann wiesbaden wiesbaden pen pen to phantom verliehen gegen stuttgart scorpions 16 zu 42 vor 30 weatherbacks verliehen gegen frankfurt pirates 10 zu 19 und morgen um 15 uhr solingen vielen pelt die dinge verlieren gegen langenfeld longhorn 10 zu 13 lübeck Kuger Gas unterliegt Hamburg Hatsky mit 4, 14 zu 1, 20 und um 16 Uhr Eszindia Cardenas Verlieren gegen Paderborn Dolphin 10 zu 35 So, das war's vom ersten Spieltag der GFL 2 Saison 2022 So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen herunter, vergisst kein Abo, dann nehmt ihr die Glocke Dann verpasst ihr keine Benachrichtung auf diesem Channel und bis dann, ciao Bis zum nächsten Mal